Das ist David. Mit seinem Industrieunternehmen ist er 24 Stunden, 365 Tage im Jahr auf Druckluft angewiesen. Was ihn das im Jahr kostet, war ihm lange Zeit nicht bewusst. Bis David von KDS-Kompressoren und Druckluftservice GmbH eine kostenlose Bedarfsmessung durchführen ließ. Der detaillierte Messbericht zeigte auf, dass David durch den Einsatz eines modernen, hocheffizienten Atlas Copco-Kompressors seine Betriebskosten massiv reduzieren kann. Für David wird klar, dass er so bei einer Druckluftanlage, die 10 Kubikmeter pro Minute Druckluft erzeugt, im Jahr bis zu 30.000 Euro spart, wenn er bei der Erzeugung schon nur einen halben Cent pro Kubikmeter einsparen kann. Bei einer Anlage mit 25 Kubikmetern pro Minute wären das schon bis zu 70.000 Euro. Und bei einer Anlage mit 50 Kubikmetern pro Minute könnten das bis zu 140.000 Euro pro Jahr an Einsparungen sein. Der schlaue Fuchs weiß, in zwei bis drei Jahren haben sich die Anschaffungskosten amortisiert. Denn ca. 70 bis 80 Prozent der Lifecycle-Kosten fallen auf den Energiebedarf. David ließ sich nicht lange bitten und hat sofort einen neuen Kompressor eingebaut. Und das Ganze wurde auch noch von der BAFA mit 40 Prozent Zuschuss gefördert.